Ja, und während Deutschland mit der Notbremse auf Nummer sicher geht, lockern unsere Nachbarländer. Obwohl die Inzidenzen dort deutlich höher liegen, die Menschen genießen alte Freiheiten, die sich völlig neu anfühlen. Gerrit Sebald über andere Corona-Strategien. Deutschland dicht, die Niederlande nicht. Trotz höherer Inzidenzen, Ausgangssperre aufgehoben, Außengastronomie wieder offen, shoppen ohne Termin. Die Folge am Feiertag, der Lockdown in Deutschland lockt Deutsche über die Grenze. Im niederländischen Enschede endlich ein bisschen Normalität. Eis essen müssen, was trinken. Wir sind uns nicht eingesperrt, so wie bei uns. Leute sehen, ein bisschen Normalität haben. Noch normaler machen es die Briten. Feiern, als gäbe es keine Pandemie. In Liverpool wird das erste Mal seit Corona wieder in den Club gegangen. 3000 Gäste dürfen wieder. Musik ohne Maske, abtanzen ohne Abstand. Es ist ein Test, bei dem natürlich alle getestet sind. Die britische Regierung will rausfinden, ob und wie Großveranstaltungen wieder möglich sind. Es ist so lang her, dass es sowas gab. Es fühlte sich auch nicht so an, als würde es sowas wieder geben. Es ist unbeschreiblich. In den USA muss Mickey Mouse zwar noch Maske tragen und auch Abstand ist noch angesagt. Aber auch in Kalifornien stehen die Zeichen für Zeichentrick-Fans auf Lockerungen. Das erste Mal seit 13 Monaten ist Disneyland wieder offen. Früher war ich bis zu fünfmal die Woche hier. Es war so hart, nicht hierher kommen zu können. USA, England oder die Niederlande. Länderübergreifend Lockerungen. Teilweise trotz hoher Infektionszahlen. Die Folgen noch nicht absehbar. Die Niederlande haben deshalb jetzt eigentlich geplante weitere Lockerungen erstmal wieder aufgeschoben. Die Inzidenz nämlich bei über 300. Also mehr als doppelt so hoch wie im dichten Deutschland.